So ihr Lieben, hin und wieder schaut man ja, ob man auch mal was sparen kann. Zum Beispiel beim Strom. Wir haben einen relativ hohen Stromverbrauch hier, so immer zwischen 4000 und 4500 Kilowattstunden. Und das siehst du hier, wir hatten vom 1.10.2018 bis 25. Oktober, das steht ja hier, 2019 hatten wir 4000 knapp 100 Kilowattstunden. Und das war also ein Bruttobetrag von 1327 Euro, die wir jährlich bezahlen müssen. Und dann gucke ich immer, ob es das nicht auch ein bisschen günstiger geht. Diese 1327 Euro sind dann wie viel? So um die 30 Cent. Oder 28 Cent, glaube ich, sind das, glaube ich, so. Egal. Und dann gucke ich und dann hatte ich heute wieder mal eine Werbung, wo ich sogar einen 4K-Fernseher bekomme von Toshiba. Ja, da kriege ich hier einen Toshiba 4K-Fernseher, der kostet normalerweise 600 Euro. Und den kriege ich aber dazu. So, und ich muss nur bezahlen, anstatt, wenn ihr das hier seht, anstatt, da wo sind wir denn, bam, 114 Euro im Monat, zahle ich bei diesem Tarif nur 22,95 Euro im Monat. Und da denkt jeder, der nicht aufpasst, ja, wie geil ist das denn? Das sind 100 Euro weniger. Ja, 100 Euro verarsche. 100 Euro verarsche weniger, meine lieben Freunde. Ich habe 4500 Kilowattstunden angegeben, die ich brauche. Und die sagen mir einen Grundpreis von 22,95 Euro. Und was dann passiert nach einem Jahr, wird euch nämlich die Schuhe ausziehen. Wenn ich nämlich 30,06 Cent habe und 4000 Kilowattstunden, zahle ich im Jahr 1352 Euro. Ja, ich habe aber nur knapp 250 bezahlt. Das bedeutet, ich kriege eine Nachzahlung von über 1000 Euro. Über 1000 Euro. Ja, dann nutzt mir dieser ganze Grundpreis überhaupt nichts. Ja, wenn ich nicht daran denke, dass ich fast 100 Euro mehr Strom verbrauche, wie mein Grundpreis ist. Und auf einmal nach einem Jahr kommt eine 1000 Euro Rechnung. Sogar über 1000 Euro bei uns. Dann habe ich den schönen Fernseher da stehen, freue mich des Lebens, ein Jahr lang, bis ich aus allen Wolken falle. Und ich bin mir sicher, da fallen ganz viele drauf rein. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass da ganz viele drauf reinfallen. Und ihr jetzt nicht mehr. Ja, das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. 22,95 Euro im Monat sind knapp 250, 260 Euro im Jahr. Es kann nicht sein. Alleine, wenn ihr 4500 Kilowattstunden eingebt und ihr seht jetzt hier den Preis, dann rechnet als allererstes aus, wie viel ihr da wirklich angeben müsst. Ja, ausgeben müsst. Sorry. Ja, lasst euch nicht verarschen. Da kommt eine saftige, heftige Nachzahlung. Und Tschüss.